hallo und willkommen zu einem neuen spiel stack and crack das ist glaube ich was ihr für mich ich glaube dass ihr was für mich das ist ein puzzle spiel ihr wisst ja ich bin ein absoluter puzzle fan ich weiß nicht wie es funktioniert ich also dieses spiel hat auf jeden fall schon einige preise gewonnen du musst es wahrscheinlich da irgendwie hinziehen oder einfach da und dann da drüben anklicken oder einfach da anklicken und dann drüben anklicken einfach so learn to stack so jetzt ist die frage einmal da hin und dann ok super schwierig ja noch ist es einfach einmal du musst doch erstmal du siehst du siehst doch welche also da haben wir schon das erste problem weil du scheinbar nur in die eine richtung nicht bewegen kannst das heißt du hättest decken müssen kannst gerade neu starten so noch mal zurück noch mal zurück noch mal zurück so muss erst mit dem da hoch genau und dann den stacken und dann kannst du mit dem runter jetzt wird es schon ein bisschen aufwändiger gucken wir mal das ist eigentlich schon noch relativ einfach genau falsch rum was das muss erst dahin genau genau und dann geht das richtig ich finde es super das wird spannend das ist eigentlich so muss dann überlegen weil mit welchem bewegst du dich zuerst das ist natürlich auch eine möglichkeit ich hätte es jetzt ein bisschen anders da gemacht aber auch eine möglichkeit das lösen okay guck mal wie geht es weiter also jetzt hat der herr sofort die ersten probleme jetzt hat der herr sofort die ersten probleme ja 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 das sieht eigentlich ganz ja ja jetzt müsste es das haben jetzt hat es jetzt hat er ist er so viel spaß ist eigentlich nicht das ist cool es hat auch wie gesagt es hat auch mehrere preise schon gewonnen das ist aktuell noch ziemlich beliebt jetzt muss ich aber selber erst mal überlegen der geht da runter okay ja eigentlich ist es auch nicht so schwer kannst ja alles schön einsammeln da rein und das passt so das wird immer anspruchsvoller kann der darauf und das passt auch genau so die golden haste so Oh. Okay. Alles klar. Gucken, ob du die Reihenfolge richtig hinfängst. Das ist schon der erste Fehler. Ich weiß, vielleicht kann ich nicht. So. So. So machen. Genau. Dann muss ich. Das geht dahin. Das geht dahin. Dann muss ich das hier hinmachen. Schon verkackt, oder? Ja. Was muss ich mit dem machen? Du siehst ja, die gelbe Linie geht nicht über das Ding treu. Das heißt also, den gelben kannst du nicht als Stacker nehmen. Genau. So musst du es machen. Richtig. Genau. Ah. Nein. Stopp. Eins zurück. So. Jetzt. Genau. Der ist der Carrier. Genau. Bam. So. Jetzt bin ich gespannt. Boah. Warte mal. Wo? Äh. Der geht nicht dahin, ne? Ne. Der geht nicht dahin. Wenn du das Orangen aus dem Weg machst, geht der rein. Ähm. 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 Das ist das Irlandfamil. Na. Überlegen. Der Blaue geht rein, ne? Der Blaue geht rein. Der Blaue geht rein. Da ist der Blaue geht rein, ne? Der Blaue geht rein. Der Blaue geht rein. Jetzt ist er. Jetzt kommt er. Ich komme übel zum Spielsfeld. Ich merke es gerade. Was ist das? Ey! Ey, das geht mir gerade übel zum Spielsfeld. Ja, jetzt kommen wir der Sache näher. Jetzt kommen wir der Sache näher. Ja, jetzt kommen wir der Sache näher. Aber... Ja, so kann man es natürlich auch machen, ja. Cool. Bam! Soll ich machen? Das sind schon mal 8 Minuten. Ja, aber ist geil. Das ist geil. Das hört man sehr gut. Ja. Flippet. Oh, Flippet. Was heißt das? Oh, fuck. Oh, fuck. Hallo? Ja, jetzt muss ich mit irgendwas anfangen, was ich nicht einordnen kann. Was heißt, was passiert bei Flippet? Äh, hat sich da jetzt was geändert? Nö. Kann ich jetzt mal das... Okay, warte mal. Ah, ich weiß, was das bedeutet. Okay. Also. Bedeutet, ich muss den erstmal da hinsetzen. Dann den da drauf. Dann den da rüber. Dann tauschen die beiden die Position. Genau, und dann kann ich mit dem da runter. Richtig. So. Flippet 2 von 15. Boah, ey. Ich weiß, wie kompliziert das später wird. Wenn das jetzt schon so anfängt. So, warte mal. Das ist kompliziert. Vielleicht so. Das ist erfasst. So, ich kann nur mit dem roten hoch. So, das heißt, der rote muss geflippt werden. Bedeutet, ich... Ich gehe mit dem da hin. Dann gehe ich mit dem da drauf. Dann gehe ich mit dem hier runter. Nein. Zurück. Gehe ich mit dem da hin. Dann gehe ich mit dem da drauf. Dann gehe ich mit dem da hin. Mal gucken, wie es umgedreht wird. Und das war jetzt nicht gut umgedreht. Äh, das war scheiße umgedreht. So, warte mal. Ähm. Ne. Alles falsch vor. Ne, 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 ne. Warte mal. Ah, es ist nicht alles falsch gemacht. Aber... Äh. 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 So, warte mal. Ich muss erst mal... Jetzt ist gerade mein Hirn... im Eimer. So, warte mal. Ja, das ist ja schön. So, wenn ich den jetzt da drauf... Ich geh mal kurz da hin. Dann geh ich mit dem nochmal da drauf. Dann müsste der es ja umdrehen. So, und jetzt... Jetzt kann ich den da hin. Dann... Jetzt den da drauf. Jetzt wieder zurück. Jetzt müsste das andere nach unten kommen. Genau. Und jetzt kann ich hoch. Jawoll. Super. So, jetzt mal bei 11 Uhr. Also, hoch. Ich will noch... Das ist eh das letzte Spiel jetzt. So, also... Ähm... Warte mal auf. Ganz kurz. So, warte mal. Also... Ja, muss ich auch. Ähm... Also, mit dem Orangenen muss ich auf jeden Fall von dem Flippit Teil runter kommen. Das heißt, der Orangene muss ganz oben sein. So, der Orangene muss ganz oben sein. So. Du tust erst den... Bedeutet, ich muss... Du tust erst den Lilanen. Dann den Grünen drauf. Und dann den Orangenen drauf. Ja, erst muss der Lilanen... Genau. Erst muss der Lilanen rein. Dann dahin. Dann so. Ja, genau. Dann muss der... Nein. Ah, scheiße. Eins hier vor. Genau. Dann den... Geht nicht. Geht nicht. Jetzt so Flippen, geht nicht. Ich muss es andersrum machen. Jetzt muss es andersrum machen. Funktioniert nicht. Ich muss es so machen. Jetzt müssen die erstmal flippen. Genau. Dann muss ich mit dem dahin. Mit dem da drauf. Mit dem wieder zurück. dann flippen die zurück und dann alter das ist mega der grüne muss auf jeden fall runter auf dieses viertel das heißt der grüne muss wieder der sein der ganz oben ist so jetzt muss ich erst mal mit den teilen hier irgendwie dahin dann wird es umgedreht dann kann ich mit dem ich hier bin dann so ich kann ja direkt dann da drauf jetzt eigentlich nein hey warte mal jetzt wird es einmal umgedreht jetzt muss ich noch mal dahin jetzt wird es noch mal umgedreht und jetzt kann ich runter aber jetzt muss ich noch eins mal eins muss jetzt mal das sei jetzt relativ schnell das war jetzt wirklich schnell fünf von 15 das war ja noch so okay alter da sind schon zwei stück gesteckt ja das sieht doch erst im ersten moment sieht es jetzt einfach aus aber ich weiß dass ich es falsch mache das weiß ich jetzt schon warte mal das kann eigentlich nicht so aber es ist doch eigentlich ist jetzt eigentlich nicht so schwer das ist dir aufgefallen dass dir aufgefallen das ist ja das ist schon klar aber das problem ist das orangen darf nicht was zu hören weil das geht ja auch nicht also 12 2 zurück so ich muss ich muss es anders darum machen ich muss erst mal so genau so muss ich es machen so und dann passiert da auch nichts mehr so wenn ich den jetzt nämlich dahin und den mache ich nämlich dahin jetzt funktioniert das so jetzt dreht er sich einmal um ja und jetzt dreht er sich noch mal um das passt wieso komme ich hoch doch geht doch so und jetzt kann ich nämlich auch ins ziel ja man cam warum ich will noch einen nein ich will noch was ichいる noch mal einen ich will noch eine ich will noch eine oder zwei das ist geil das macht voll � Wir können doch noch mal eine Folge aufnehmen. Das macht voll Bock. Das ist der Hammer. Das ist voll geil. Tschüss.